Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass unsere Bergbauern mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag leisten zum Erhalt unserer einzigartigen Berge- und Alpenwelt, wird uns meistens erst dann bewusst, wenn wir in den Ferien sind oder auf einer schönen Wanderung. Das Leben von vielen Bergbauernfamilien ist aber alles andere als rosig und ihre Zukunft ungewiss. Doni und Rosmarie Kropf leben mit ihren vier Kindern in einfachen Verhältnissen. Die einzige Heizung ist in der Küche und die ist in einem desolaten Zustand. Das WC und die Dusche sind von aussen, gerade neben dem Stall. Das Haus ist schlecht isoliert und es zieht durch die alten Fenster. Sollte Wohnverhältnisse entsprechen den heutigen Ansprüchen einfach nicht mehr und müssen verbessert werden. Damit die Familie weiterhin auf ihrem Hof leben und arbeiten kann, wird sie von der Go-Patenschaft finanziell unterstützt. Möglich ist aber das auch nur, wenn ihr helft und mitspendet, damit sich die Lebensbedingungen und die Zukunftsaussichten der Schweizer Bergbauern verbessern. Bei diesen Sammlungen hat man immer ein komisches Gefühl. Man weiss zum Beispiel nie recht, wie viel von diesem Geld für die Administration der Organisation selber gebraucht wird. Für diese Antwort ist jetzt Frau Rohr bei mir. Sie ist von der Go-Patenschaft für die Berggebiete. Guten Abend Frau Rohr. Guten Abend. Vielen Dank Frau Rohr. Mit der Weihnachtssammlung 2004 kann man also Hoffnung schenken. Helfet auch dir mit eurer Spende. Am nächsten Montag sind Sie wieder unterwegs. Die freundlichen Sammichleus und Ihre Helfer. Alles, was Sie zum Füllen vom Sack brauchen und zum Verschenken, findet ihr jetzt bei Go-Patenschaft. Wir finden bei Go-Patenschaft süsses, traditionelles, neues und bewährtes. Spielsachen zum Musik oder Märchen zu hören, für fantasievolle Konstruktionen, zum Zusammenstecken und Bauen oder zum Studieren. Aber auch Nüsse, Tatteln, Figen, Erdnüsse und Klementine gehören einfach in einen rechten Sack vom Sammichleus. Und wenn wir schon beim Schenken sind, warum nicht einfach Reca-Checks? Die kann man nämlich ausgeben wie Bargeld. Für die Bahn, für das Postauto, auf dem Schiff und in mehr als 2000 Restaurants im ganzen Land. Beziehen kann man die Reca-Checks in den Go-Pläden am Kiosk. Und beim Vorweisen von der Supercard gibt es sogar noch 3% Rabatt. Besondere Rezepte für zwei Personen, einfach und schnell zum Zubereiten und trotzdem raffiniert, findet man jetzt wieder in allen grösseren Go-Pläden am Eingang. Wir haben wieder ein paar Leute gefragt, ob sie Lust hätten, bei uns im Studio so ein Mal zu kochen. Und auch das Mal hat es geklappt. Grüß Sie miteinander, mein Name ist Christoph Neidhardt. Ich habe mich gerade für ein Boulé-Voressen entschieden und hier sind meine Zutaten. Die Boulébrust habe ich schon vorbereitet und in Würfel geschnitten und ich in den Brotpfannen anbrot. Wenn ich das Boulé angebrotelt habe, mache ich die Saucen. Ich leere zuerst das Wasser und den Weisswein hinein und vermische es mit dem Saucenpulver. Dann gebe ich die abrottenen Boulé-Stücke und die Garten-Erbsen dazu. Abschliessend runde ich das Ganze mit 2 Löffel sauren Halbrahm ab. Und das Ganze wird serviert mit backenem Kartoffelschnitz. Viel Spass beim Kochen, ein Gutes miteinander. Geschenke einkaufen ist etwas Schönes. Was aber schenke ich, wenn es passiert, wenn jemand schon alles hat, oder wenn man den oder diejenige nicht so gut kennt. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr von uns hier in einer Woche. Und jetzt zum Schluss noch unsere Wochenende-Knaller. Der 500-Gram-Beutel Chicoré ist 30% günstiger. Das Coop Naturaplan Hackfleisch ist 40% günstiger. Und das Bellrollschinkli ist 50% günstiger. Heute zählt doch einfach, was man zahlt. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine schöne Adventswoche. Auf Wiedersehen miteinander.